Was geht ab Leute, euer Reddams zurück mit einem neuen Video hier auf seinem Channel. Heute nicht von der Couch, sondern auf dem Fußboden, auf dem Flauschietöppich sitzt da rum. Und ja Leute, ich habe euch ja gesagt, dass ich hier auch nach der Arbeit immer ein bisschen unterwegs bin und deswegen habe ich auch, wie gesagt, eigentlich kaum Zeit, da noch irgendwas für YouTube zu machen. Und ich hatte ja auch gesagt, dass ich die Videos nur über mein Handy mache und sie halt wirklich so direkt komplett filme und es einfach so hochlade. Aber ich habe jetzt mal geschaut, weil ich war letztens in einer Stadt, Montré, nennen die die hier. Ja, genau. Und also was Besseres habe ich echt wirklich noch nie gesehen. Das ist echt brutal. Also ich war schon viel im Ausland unterwegs, aber das ist ein Urlaubsort, das sage ich euch. Also wunderschön. Und nach diesem Quatsch hier zeige ich euch, wie gesagt, zum Anschluss das Video, was ich wirklich über mein Handy zusammengeschnitten habe. Da habe ich mir eine App runtergeladen, die wirklich 1h ist. Da werde ich auf jeden Fall auch definitiv die unten auf jeden Fall nochmal verlinken in der Infobox. Die App, falls jemand mal wirklich auch mit seinem Handy verschneiden will, die ist brachial gut. Also da kannst du wirklich alles drüber machen. Und da habe ich mir gedacht, dass du die verlinkst. Und das Video kommt jetzt hinterher. Wie gesagt, zum Schluss kommen noch ein paar Fotos, die ich euch auf jeden Fall nicht vorenhalten wollte. Die kommen einfach hintereinander gequetscht. Ich habe mich noch nicht ganz mit der App befasst, weil man kann auch Übergänge machen und alles drum und dran. Aber ich habe erstmal einfach nur reingehauen und dachte mir so, ach komm. Und ja, deswegen. Also kurzes Gequatsche, bla bla bla. Wie gesagt, so ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Und kann ich euch allen nur empfehlen, wenn ihr mal da hin wollt. Und gönnt euch. Auf jeden Fall. Leute, es ist mega nice. Ich dreh durch. Ich will da wieder hin. Ohne Scheiß. Neeee. Out rein. Tschüss. Out rein. Out rein. Out rein. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.